Hallihallo meine lieben Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute habe ich den endlich den aufgebraucht Video für euch von diesem Jahr ein bisschen von alles von allem ein bisschen und ja wollte schon eher drehen aber naja man ist jetzt mit den kindern zu hause und man hat trotz zeit immer ist man beschäftigt mit den kindern und ja und jetzt fangen wir mal an ich habe erst mal hier die Tüte von Toilettenpapier aufgebraucht im Januar glaube ich wie gesagt ist alles von diesem Jahr und einmal ist voll und dann noch diese Tüte noch bisschen Haushaltssachen fange ich auch erst mal an mit Haushaltssachen und dann bisschen gemischt so viel Spaß ich habe einmal von das war von Lidl diese Toilettenpapier ich liebe diese mit Muster und mit Duft immer aber die aufgebraucht gibt es leider nicht mehr sowieso heute zu Tage gibt es keine Toilettenpapier mehr dann die noch mit diesem Mops von Müller und die noch auch von Müller mit diesen süßen Eisbären Winter Edition genau Wundermärchen ist noch voll mit auch ein bisschen Masken habe ich aufgebraucht und jetzt den Haushalt noch einmal von Blink Spülmaschinen Deo die mag ich am liebsten von Müller und ja gibt es zwei verschiedene Gerüche ich habe hier Zitrone und Melisse und bei uns habe ich jetzt eine andere Geschmacksrichtung weiß ich gar nicht mehr welche aber die die habe ich aufgebraucht war nicht so der Knaller hat gar keinen Duft gelassen und sonst was naja die war ganz schlimm diese wurde das war die ne die kaufe ich nicht wieder nach weil das lässt sich manchmal nicht in die Waschmaschine und bleibt der Rest da nicht zu empfehlen dann die war okay blau gefärbt und aber Urin oder Kalk ich meine Kalk lustig weil ich habe das bei mir schon ich habe ganz viel Kalk in meine Toilette aber irgendwie komme ich nie dass das weg geht ich weiß es auch nicht und ja einmal von Demol an sich sehr gut riecht auch gut aber naja dann noch hier zwei von Action Loverwells sehr gut die beiden dann noch von Kuschelweich Aloe Vera habe ich gerade auch paar da verschiedene Sorten auch ganz gut und von Pervoll ich liebe Pervoll Waschmittel sehr gut die blaue habe ich geliebt riecht sehr gut die blaue und rote auch für bunte Wäsche und so aber blaue riecht am lieb am besten ich mag die gerne so dann mache ich hier mit Pflegeweichen einmal von Insana, Pflege, Dusche, Verwohnen, Verwohnen, Bade, Gedankereisen war auch ganz gut haben wir alle benutzt dann hier von dem Mann war auch gut der Geruch Schampo und die habe ich noch aufgebracht ich habe ich habe die habe ich jetzt in meine Spülmaschine drin Tragen Fruit ist auch sehr gut vom Duft her dann haben wir Spülungen und Shampoo aber wir hatten auch die Orangen habe ich leider weggeschmissen vergessen die benutzen wir am liebsten für Beatrice der macht hier ein Haar sehr geschmeidig und dann noch hier für den Mann und für Beatrice beide auch sehr gut für die Brune habe ich die benutzt von Bübchen Shampoo und Duschgel aber ich habe eher für Kopf benutzt auch sehr gut riecht nach weiß ich gar nicht steht nicht drauf 2 in 1 nur auch sehr gut dann die von Action Naturkosmetik mit Liebe gemacht genau von Dresdner Incense auch sehr gut dann die Zähne nach Pflege benutzen die Kinder sehr gerne wir haben momentan eine von Müller aber mehr erfahrt ihr dann wenn es soweit ist dann frische Winter Edition Schneeräuber WC Frische war auch nichts Besonderes ich weiß gar nicht wieso die immer sagen die wäre gut WC Frische aber bei mir tut es nichts naja ich habe momentan die in Benutzung und das färbt das Wasser sehr blau und mag ich gerne diesen von Müller die sind auch sehr günstig und tun dasselbe wie diese teure dann habe ich für mich Schliebeinlagen benutzt einmal von Always, Dailies und von Cosmia Bio und Vegan hier noch Masken habe ich benutzt die war ganz gut war in einer Box drinne von Vita Masks die für die Kinder für die Badewanne und die auch für mich hatte ich von Action war auch sehr gut fand ich die dann hier Vorstücher von Denk mit weißer Tee und Bambus ich habe gerade die rote in Benutzung mit Granatapfel auch sehr gut und die für die Oberflächen oder für die Brunner für das WC wenn sie auf Toilette geht das war ganz okay nichts Besonderes diese Handschaum dann habe ich zum ersten Mal so ein Trockenshampoo benutzt für dunkleres Haar von Insana und ich fand die sehr toll sehr gut aber da ich da wir jetzt momentan zu Hause sind brauchen wir nicht keine Trockenshampoo so können wir die Haare oft waschen ja die war sehr gut die dagegen ich hatte die schon dreimal angewendet zum ersten mal fand ich die ok aber nach der zweiten Wäsche war mein Kopfhaut so trocken ich weiß es nicht und ob es davon kommt oder nicht aber der Duft ist ganz gut riecht sehr gut nach Rose so die Tüte ist leer dann machen wir noch mit dieser weiter ein Tipp von mir wenn ihr aufgebraucht macht dann könnt ihr alles in diese Tütchen machen Toilettenpücher ich meine ja Toilettenpapier Säckchen rein alles ja ich habe einmal von Raciso Rodriguez diese Dupfprobe war sehr gut von Duft auch bisschen Masken und so der war eher Badeperlen fand ich den Geruch sehr gut dann noch hier reines Detox von CD für die Kinder da war sie hat so gut gerochen dieser Mädelsschatz von Insana Kids mit Herdbeergeschmack Duft das war die Katastrophe ich wollte die auf mein Gesicht bringen das hat die Beatrice zum Frauentag mir geschenkt und das war Katastrophe das hat alles ist gereiht ich aufgerissen und ich konnte die Maske war alles kaputt ich konnte die nicht benutzen sehr einfloppte das mag ich sehr gerne von Action das war für die Kinder noch die ist auch sehr gut so eine kleine Brüppchen von Balea Q10 Anti Falten Tagescreme benutze ich sehr gerne die auch zum Verreisen ein sehr gutes Produkt dann von Vita Yes Protection Anti Age das war so gut riecht immer noch das war so gut diese Creme habe ich zugeschickt bekommen leider schon leer ne wie alles finde ich so da hatte ich noch eine Textung im Toilettenpapier dann habe ich ein bisschen Beauty Sachen auch wieder Haushaltssachen Maschinenpflege war nichts besonderes hat gemacht was es machen sollte dann Trockentücher ich benutze gerade die von Müller und die finde ich sehr gut und die haben auch sehr gut gerochen naja aber die von Müller sind besser finde ich die ist noch voll ich habe einmal benutzt aber alles hier weiß bei mir und mag ich nicht von Batiste ne nicht meins für die Kinder dann obwohl es gut riecht aber nicht gut so ein paar Sachen Levan Beauty Handcreme Fairy Dust Handcreme wie gesagt dann diese kleine von CD finde ich auch sehr gut zum verreisen habe ich als ich in Portugal war im Sommer habe ich die auch mitgenommen ich liebe diesen Duft und sehr klein gute Kombi beides zum verreisen ne und das hält über zwei Monate bei mir dann liebe ich diese reine frische Raum Duft habe ich gerade ein blumiger und rosa im Badezimmer von Netto ist auch sehr gut ach ich habe die Duft so geliebt riecht so gut nach Winter weiß ich nicht kann ich nicht beschreiben dann hatte ich die auch noch mit Mango und Koriander von Yves Rocher riecht auch sehr gut ein bisschen Nahrungsergänzungsmittel und Pflaster die haben sehr gut ihren Verbrauch die Bruna hat immer irgendwie Aua gemacht und musste immer am Pflaster drauf habt ihr das auch bei eurer Kinder schreibt es mir unten würde mich interessieren so von Tabaluga Pflaster und die hat sie auch sie oder ich benutzt von Alpharma Sensitive Pflaster Strips von Rossmann dann habe ich hier noch von Müller Hyaluron Säure Bioten und sowas benutzt und Immunstärke Probielle für das Immunsystem und so dann diesen Luftlichter von Action die liebe ich auch von Balea Vitamin C Konzentrat sehr gut dann hier vom letzten Winter noch Snow White Waschlotion für das Hände zum Händewaschen dann noch hier die hat auch sehr gut gerochen für Bruna die ist noch ganz weil ich habe die irgendwo in einer Box gehabt ich glaube diese Orkotheken Box aber das riecht so komisch ich habe die bloß einmal benutzt aber muss weg noch hier eine ähm riecht noch Pflege Peeling Kokos ich habe die geliebt so echt riecht echt gut und noch hier meine ähm Banana Powder von Ensense ist leider mir kaputt gegangen aber war ganz wenig da aber ich habe die geliebt das ist meine Nummer 1 in der Farbe Ba-Banana genau Nummer 10 aber ich habe die geliebt so jetzt das war es dann von mir und wir haben jetzt 13 Minuten das langt und ich hoffe meine aufgebrauchten Videos von diesen beiden Monaten haben euch gefallen lasst mir gerne Feedback da wenn euch das äh Spaß gemacht hat und vielleicht sehen wir uns nächstes Mal wenn ich so eine aufgebrauchte Video mache oder ihr könnt mir auch gerne abonniere kostenlos abonnieren dann könnt ihr auch solche Videos in der Zukunft ähm immer zusehen zuschauen wie auch immer und ich sage wir sehen uns bald und noch einen schönen Tag Tschüss